Showtime. Du bist doch ihrer DAF. Was? B-U-F-F. Designated ugly fat friend. Entspann dich, okay? Ich meine, in jeder Klicke gibt es eine, eine, die man viel leichter ansprechen kann. Du hast den Job gemacht. Gut für dich. Du darfst das nicht wörtlich nehmen. DAFs müssen nicht wirklich fett oder hässlich sein. Weißt du wie Tony Romo? Er ist ein Dallas Cowboy und trotzdem hat er keinen Pferd. Ich habe keine Ahnung, wovon du da überhaupt redest. Leute wie du werden niemals wichtig sein. Zeig, wer du bist. Steh dazu. Ich will von niemandem mehr die DAF sein. Du hilfst mir dabei und... Unter einer Bedingung. Du bittest mich mit der Monsterstelle. Wie, als wir noch klein waren? Ich erinnere mich nicht daran. Okay. So sieht das aus, wenn man scheiße im Leben ist. Ja, ich bin die davon irgendwie. Nur das bist du auch. Aber das sollte nicht entscheiden, wie du dich siehst. Du wirst mir das nicht glauben, ich war die DAF. Das ist echt verrückt, weil sie so... Ich weiß.